Jetzt hast du dir den Frack anzuziehen. Was sollen denn die Gäste denken? Es kommen keine Gäste. Wir haben seit fünf Monaten nur einen einzigen Gast. Eine alte Dame. Wir sind alle verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich lasse pfänden. Der Defizit garantiert. Ich lasse alles beschlagnahmen. Warum hast du meine Briefe nicht beantwortet? Ich habe es dir gesagt, wie ich dich liebe. Es wird mir immer kalt und heiß. Sag liebst du mich? Ja. Au, au, au. Sie will Frau Hotelbesitzer werden. Sechs, sieben. Ich wollte alles, was ich besitze, dem Manne geben, dem ich mein Herz gab. Ich fordere, aufgeklärt zu werden. Fragen Sie Papa und Mama. Bleib bei mir. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich habe es versucht, ich habe es versucht, aber ich habe es noch nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017